Ab dem 17. Mai 2014 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Sylt-OT Westerland. Das Objekt wurde 1983 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 42 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 950 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Etagenwohnung geht ein. Sieatmiete dieser Etagenwohnung wird ein.